November 2015. Organisatoren der Bürgerinitiative Stopp TTIP übergeben symbolisch mehr als drei Millionen Unterschriften an den damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Ihr Problem? Eine offizielle europäische Bürgerinitiative sind sie nicht. Die zuständige EU-Kommission hatte sich geweigert, die Bürgerinitiative offiziell zu registrieren. Denn die Forderung der Initiative, schon die Verhandlungen über TTIP zu stoppen, sei unzulässig, so die Kommission. Unverständnis bei den Initiatoren. Ja, wenn die Verträge ausverhandelt sind, dann ist es zu spät, dann ist es mehr oder weniger gelaufen. Deswegen hat die Kommission hier im Grunde die demokratische Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger beschnitten. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Diese Rechte hätte eine registrierte europäische Bürgerinitiative mit mindestens einer Million Unterstützern. Sie muss von der EU-Kommission empfangen werden. Sie hat Anspruch auf eine Anhörung im EU-Parlament und die EU-Kommission muss öffentlich zu den Forderungen Stellung nehmen. Folgen muss sie den Forderungen der Initiative aber nicht. Das Gericht der EU entschied heute, die Bürgerinitiative Stopp TTIP hätte registriert werden müssen. Nach Ansicht des Gerichts mischt sich die geplante Bürgerinitiative nicht unzulässig in das Gesetzgebungsverfahren ein. Im Gegenteil, die Initiative stößt in legitimer Weise eine rechtzeitige demokratische Debatte an. Auch wenn TTIP im Moment sowieso auf Eis liegt, durch das heutige Urteil werden sich die EU-Institutionen zukünftig wohl häufiger mit den Forderungen von Bürgerinitiativen befassen müssen.